Oh, hi. Herzlich willkommen. Ja, natürlich hast du eine Payback-Karte. Ja, okay, genau. Genau, das Candy einfach. Super, okay. Möchtest du eine Tüte haben? Gut, dann werde ich dir schon alles einfach reinpacken. Ja, gut. Okay. Was hast du da leckeres? Pumpkin Spice Agava Sirup. Und was möchtest du damit machen? Oh, klingt lecker. Das muss mir vielleicht auch eine. So, auf die Seite. Und das. Okay. So. Das habe ich irgendwie verpasst. Candy-Coated Holidays. Darf ich das riechen? Oh, vielen Dank. Oh, my God. Das riecht wie Kekse. Wie Weihnachtskeksen. Als wäre sie in Zuckerguss geöffnet, glänzt und glitzert die Welt in ihren allerschönsten Farben, um egal, gebrannte Mandeldufte stemmen. Das ist auch neu, oder? Darf ich das auch probieren? Oh, I like it. Glucksmomente. Mit zahnen Blumenkern. Du, du, du. Oh, my God. Aber weißt du was? Ich bin so dum. Ich habe vergessen, alles zu scannen. So ist mein erster Tag hier. Oh, mein Gott. Gut. So peinlich. Okay. Aber ich scanne dir alles schnell, okay? Klar. Mit der Zähnmenschau nicht. Und, ähm, wir haben auch was. Okay. Hast du noch was? Ah, super. Super. Und weißt du, du kaufst immer die, ähm, gutste Sache. Ähm, ja, äh, ich bin, erster Tag als Verkäufer, aber vorher, ich war hier als, ähm, Viterien. Ja, genau. Okay. Oh, Brettapfel, die vorhin. Ja, du könntest, ähm, genau für gebackene Äpfel, benutzen. Ja, ich muss, ähm, ich muss einfach überprüfen, dass es, äh, nicht geöffnet oder geschädet und was, ähm, ich muss, äh, nicht mehr als Verkäufer. Und was, äh, nicht mehr als Verkäufer, ja? Okay. Okay. Chub, 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 chub. So. Magic Fairy Tale Duo-Maske. Ja, jetzt schon fast ausverkauft kommt, das ich glaube. Jetzt sieht es so niedlich aus und in deine Tüte rein. Das ist echt sehr gut, ich kann nur empfehlen. Erdbeer-Peeling-Maske. Das wusste ich auch. Oh mein Gott. Und dann möchte ich das bestätigen oder trinken. Jai-Latte-Tur-Maske. Ach, der Extrakt. Und Jai-Latte-Tur-Maske. Das ist gut. Das ist aber sehr gut. Mit Gläser-Optik, mit Ölroh, Shea Butter und Vanilla Extrakt. Und mit Himbeer-Extrakt und der Zettel-Himbeer-Dut. Das ist gut. Das ist gut. Däumschuh. Oh, ich sehe, das ist auch Handcreme und Maske. Zwei in eins. Wow, super. Und wenn du es mit mir oder Vanilla Extrakt sagt. Oh mein Gott. Wieso kaufst du alles, was ich liebe? Dann muss ich danach alles nachdenken. Okay. Viel Spaß damit. Oh ja, und natürlich. Schupp, 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 schupp. So. Dann hast du noch Organic Robe Brownie. Sehr fest. Schupp, 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 schupp. Schupp, schupp. Schupp, 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 schupp. Okay. Der Maske clear. Ach. Also das ist eigentlich sehr gut. Aber. So weich. Die schöne Farbe. die kleine Farbe. Oh. Oh. Du musst schon rennen. Ja, okay. Ich beeile mich natürlich so. Wie ist das auch ein bisschen rot. Aber man sieht ja auch. Schupp, 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 schupp. Oh, 50 Stück ist günstiger. Okay. Na dann. Möchtest du mit Karte oder Farbe zahlen? Okay. Ja, natürlich. Ich mache noch schnell. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist so schwierig. So. Dann 10 Euro für dich zu. Dann vergiss nicht deine Sachen. Schönen Tag noch. Viel Spaß. Ciao.